Wie gefährlich ist Ebola wirklich? Zunächst hörten wir beruhigende Töne aus Westafrika. Man habe das Virus unter Kontrolle. Inzwischen gibt es mehrere tausend Tote. Und das Virus breitet sich immer weiter aus. Auch inzwischen in die USA und nach Europa. Im Dialog spreche ich jetzt mit einem der führenden Truppenmediziner in Deutschland über die Folgen. Und auch über die Frage, was man gegen Ebola tun kann. Herr Jonas Schmidt, ich freue mich auf das Gespräch. Hallo. Wir haben vor wenigen Monaten noch gehört, Ebola sei unter Kontrolle. Zunächst einmal die Frage an Sie. Kann man eine solche Krankheit, einen solchen Virus überhaupt unter Kontrolle halten unter den Bedingungen in Westafrika? Ja gut, das bezieht sich natürlich auf den Ausbruch. Das Virus selbst kann man natürlich nicht kontrollieren, weil es ja im Urwald immer zirkuliert. Es hat ja ein natürliches Reservoir, das sind Flughunde. Und dort ist das Virus immer vorhanden. Das heißt, man kann das Virus nicht ausrotten, weil es eben immer in diesen Flughunden vorhanden ist. Und dann ab und zu eben mal auf den Menschen übertragen wird. Und dann kann es im schlimmsten Fall zu solchen Ausbrüchen kommen. Bevor wir uns mit der Situation vor Ort nochmal beschäftigen und ich auch von Ihnen natürlich wissen will, was man machen sollte und machen kann. Wir haben jetzt eine Lage, in der wir in Europa und in den USA die ersten Fälle haben. Es gibt die ersten Todesfälle. Heißt das, es breitet sich tatsächlich auch nach Europa oder USA aus oder sind das vereinzelte Fälle, die man im Griff hat, wie man so schön sagt? Ganz klar. Das sind vereinzelte Fälle, die man im Griff hat. Es gab jetzt einige Fehler, die gemacht wurden in den USA und auch in Spanien. Nichtsdestotrotz ändert das an der Situation nichts, dass wir in den USA oder auch in Europa hervorragend darauf vorbereitet sind. Das Gesundheitssystem ist sozusagen gewappnet, importierte Fälle zu identifizieren und auch die Patienten zu isolieren und sehr gut zu behandeln. Insofern ist das in Europa, auch in den USA, eine ganz andere Situation als in Westafrika. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und ein Ausbruch, wie wir ihn momentan in Westafrika sehen, hier in Europa oder in den USA zu haben, ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem muss man sagen, auch Kollegen von Ihnen haben noch vor wenigen Monaten in Interviews gesagt, wir haben eine überschaubare Zahl von Infizierten. Wir haben den ein oder anderen Ebola-Ausbruch bei Kranken. Das wird nicht nach Sierra Leone übergreifen, das wird nicht in ein anderes Land gehen. Das ist sozusagen unter Kontrolle. Nun ist das aber nicht so. Wie ist es dazu gekommen? Warum ist das im Grunde eine solche Fehleinschätzung? Da müssen wir vorsichtig sein. Also Fehleinschätzung, es ist sehr schwer sozusagen vorauszusagen, oder es war sehr schwer vorauszusagen, dass sich dieser Ausbruch so ausweiten würde. Sie müssen sehen, initial im März, als sozusagen wirklich mehrere Fälle offensichtlich geworden sind, in Guinea hat man sehr schnell reagiert, auch von Seiten der WHO. Da kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Zum Beispiel ein mobiles Labor, was sozusagen von der Europäischen Union auch finanziert wurde, war Ende März schon vor Ort in Guinea, auch Ärzte ohne Grenzen, um eben dieses kleine Gebiet, wo es losgegangen ist, relativ schnell auch einzugrenzen, damit es sich eben nicht weiter ausweitet. Dass es dann im Mai, Juni sozusagen auf andere Länder übergesprungen ist und dann auch irgendwann in die Hauptstädte gekommen ist, das war so im März eben noch nicht vorherzusehen. Insofern ist so eine Prognose sehr schwer. Und in der Vergangenheit ist es ja auch immer sehr gut kontrolliert worden. Natürlich waren da andere Länder betroffen, Demokratische Republik Kongo, Uganda, die auch schon Erfahrung im Umgang mit dem Ebola-Virus haben. Das war jetzt in Westafrika nicht der Fall. Also es gab bisher keinen großen Ausbruch in Westafrika. Die Gesundheitssysteme, insbesondere in Sierra Leone, Liberia, waren natürlich durch den Bürgerkrieg auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das sind verschiedene Faktoren, ungünstige Faktoren, die hier zusammengekommen sind. Aber wenn man jetzt die letzten Monate sich anschaut, dann muss man doch feststellen, da ist viel mehr passiert, als auch Experten zu Anfang eingeschätzt haben. Wenn wir jetzt Fälle haben, wie die beschriebenen in Madrid, in den USA etc. und Sie sagen, da sind Fehler passiert. In Madrid soll es an einem infizierten Handschuh gelegen haben. Das sind Kleinigkeiten, die aber bei Ebola, bei einem solchen aggressiven Virus, sehr schnell dazu führen können, dass es neue Infizierte gibt. Das heißt doch eigentlich auch, sowohl für die USA als auch für europäische Länder, das kann auch sehr schnell eine ganze Reihe von Leuten betreffen. Da müssen wir vorsichtig sein. Erstens, solche Fehler dürfen nicht passieren. Aber sie passieren ja. Ja, es ist aber nicht die Regel. Also Sie sehen ja, in Deutschland wurden oder werden jetzt drei Patienten behandelt, in Hamburg, sehr gut und sicher. Dort ist nichts passiert, auch in Großbritannien, in Frankreich, auch in den USA. Eigentlich sind diese Protokolle und Sicherheitsvorschriften sehr, sehr streng. Dass jetzt diese Fehler passiert sind, das ist bedauerlich. Sicherlich können sich dadurch auch noch mehrere Angehörige oder enge Verwandte infiziert haben. Dennoch, es wird natürlich nicht so einen Ausbruch geben wie in Westafrika. Und das ist ganz wichtig. Aber, wie gesagt, wir müssen aus diesen Fehlern lernen. In den USA ist das natürlich passiert. Die Maßnahmen wurden angepasst. Es wurde geschaut, warum es dazu gekommen ist, dass der Patient erst wieder abgewiesen wurde nach Hause. Und in Spanien wird das Gleiche passieren. Da haben wir alle ein Interesse daran. Aber ich denke, unsere Vorschriften sind so gut und jahrelang erprobt, dass wir da jetzt erst mal nicht etwas dran ändern müssen. Weil es funktioniert sehr gut in Deutschland. Sagen Sie uns noch mal, warum dieser Ebola-Virus so aggressiv, so gefährlich ist. Das ist ja nicht irgendein Virus. Ja, also erst mal noch mal zur Grundlage vielleicht. Ein Virus braucht immer eine Zelle, um sich zu vermehren. Das unterscheidet ihn eben zum Beispiel von anderen Erregern, Bakterien und so weiter, Parasiten. Also nur in einer Zelle kann ein Virus überleben. Und diese Zelle gehört normalerweise zu einem Organismus. Und das sind in dem Fall von Ebola also Wirbeltiere. Und wir sagen auch sozusagen, das Virus braucht einen bestimmten Wirt, um sich dort zu vermehren. Das ist in dem Fall der Flughund. Und dann wird das eben vom Flughund auf den Menschen übertragen. Darum sagen wir, das ist eine Zoonose, ein Erreger, der von einem Wirbeltier auf den Menschen übertragen wird. Da gibt es eine ganze Reihe anderer Erreger, die sozusagen ähnlich gefährlich sind. Das Marburg-Virus gehört zum Beispiel dazu. Oder auch das Lassavirus. Marburg-Virus ist auch gerade ausgebrochen. Ja, es gibt einen Fall in Uganda. Genau, es ist eng verwandt mit dem Ebola-Virus. Gehört auch in die gleiche Virusfamilie der Philoviren, die eben so fadenförmig aussehen im Elektronenmikroskop. Und ja, eng verwandt, wie gesagt. Und das Gefährliche ist nun, dass also mit dieser Ebola-Virus-Infektion im Menschen eine hohe Sterblichkeit einhergehen kann. Das ist je sozusagen vom Subtyp abhängig. Es gibt ja verschiedene Typen des Ebola-Virus, fünf insgesamt. Der Zaire-Typ, der jetzt den Ausbruch hervorgerufen hat, ist einer der aggressivsten, also der mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht bis zu 90 Prozent. Momentan liegt ja die Sterblichkeit bei 70 Prozent in Westafrika. Es gibt aber auch andere Ebola-Typen, wie zum Beispiel den Typ Resten, der apathogen ist. Also der überhaupt keine Erkrankung im Menschen hervorruft. Das ist auch hochinteressant. Was man oft auch vergisst, ist, dass also dieser apathogene Typ zum Beispiel auch in Südostasien vorkommt. Also das Ebola-Virus ist nicht nur auf Afrika beschränkt, sondern es hat sozusagen eine weite Verbreitung bis nach Südostasien hinein. Jetzt sind Sie Leiter der Virusdiagnostik des Bernhard-Lacht-Instituts. Das heißt, Sie beschäftigen sich natürlich schon seit ganz langer Zeit mit der Frage, wie geht man mit einem solchen Virus um, was kann man auch dagegen tun. Da wurde jetzt beim Ebola-Virus auch immer wieder der Vorwurf laut, naja, das ist ein Virus, der kommt in Afrika in der Hauptsache vor. Das ist ein Virus, der kommt unter eher armen Bevölkerungsschichten vor. Aber da kann man ja kaum verlangen, dass die Pharmaindustrie einen Impfstoff entwickelt, den es ja bisher auch nicht gibt. Ist das nachvollziehbar oder sagen auch Sie, natürlich muss man auch für diese Bevölkerungsschichten ein Impfvirus herstellen? Natürlich ist das wünschenswert, aber aus Sicht der Pharmaindustrie ist das nachvollziehbar. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Erregern, wo es sehr wenige Infektionen gibt. Marburg gehört dazu, Krimkonger, Hämoragisches Fieber, Lassa. Also da muss man sich ja sozusagen auch auf bestimmte Erreger beschränken. Hier gibt es sicherlich auch Stiftungen, die diese Forschung an den Impfstoffen unterstützen. Auch von Regierungsseite, denke ich, im Rahmen von Forschungsprojekten erfolgt dort eine Unterstützung. Und wir haben ja Impfstoffkandidaten, die auf diese Art und Weise entwickelt wurden. Nur das Problem ist, sie müssen bestimmte klinische Phasen durchlaufen. Und das wird dann eben sehr teuer. Und da muss man dann sehen, wie man dieses Geld eben zusammenbringt, damit diese Impfstoffe, diese klinischen Phasen durchlaufen können. Und in der Vergangenheit hat es natürlich auch daran gelegen, dass wir eben sehr wenig Fälle hatten, sehr wenig Ebola-Virus-Fälle, um dann auch bestimmte Phasen erfolgreich durchlaufen zu können. Aber wie groß ist der Aufwand, um einen solchen Impfstoff zu entwickeln? Man kann ja jetzt davon ausgehen, wir haben den größten Ebola-Ausbruch aller Zeiten. Das kann ja immer mal wieder passieren. Sollte man nicht daraus Lehren ziehen und sagen, man sollte früh genug sich darum kümmern, Impfstoffe zu entwickeln? Denn es trifft ja nicht nur sehr arme Länder, sondern diese Länder brechen ja auch quasi wirtschaftlich komplett zusammen durch einen solchen Virus. Keine Frage, das muss weiter gefördert werden, eben gerade im Bereich der Zoonosen. Weil diese Zoonosen, diese zoonotischen Erreger oder Ausbrüche mit diesen zoonotischen Erregern nehmen zu. Weil wir immer mehr in Bereiche eindringen, wo wir früher nicht waren. Also in die Urwälder, als wenn Plantagen angelegt. Und dann gelingt es eben genau diesen zoonotischen Erregern wie SARS, MERS oder eben dem Ebola-Virus, mehr Menschen zu infizieren oder öfter Ausbrüche hervorzusuchen. Insofern ist es natürlich wichtig, hier in diesem Bereich Forschungsförderung zu stärken. Und dann natürlich zu schauen, wie wir eben in diese sehr finanziell anspruchsvollen klinischen Phasen, wie wir das finanzieren können. Das ist sicherlich eine Frage, die nur gemeinschaftlich auch zusammen mit der Industrie geklärt werden kann. Aber initial sozusagen die Grundlagenforschung, ich denke, das ist schon oder kann sehr gut gefördert werden. Und da kommt man auch sehr schnell zu Impfstoffkandidaten, die dann eben in den klinischen Phasen weiter sozusagen auf Wirksamkeit und auch Verträglichkeit getestet werden müssen. Aber wie gesagt, wir haben zwei Impfstoffkandidaten, sind sehr verheißungsvoll. Die ersten klinischen Phasen laufen jetzt auch schon, unter anderem in Oxford, aber auch in Marburg bei uns in Deutschland und in Hamburg. Und jetzt müssen wir abwarten, wie letztendlich die Ergebnisse dort sein werden. Jetzt merkt man Ihnen selber an, großes Engagement, nicht nur aus der sozusagen wissenschaftlichen Sicht, sondern natürlich auch, weil es eine Möglichkeit ist, den Menschen da zu helfen, wo es ausgebrochen ist, aber auch zu verhindern, dass es sich weiter ausbreitet. Was haben wir denn jetzt für eine Lage, nachdem dieser Ausbruch sehr viel größer ist, als man den zunächst eingeschätzt hat? Ist das eine vorhersehbare Situation gehabt? Hat man da politisch eher gesagt, nun macht mal keine Panik und dann ist doch viel Schlimmeres entstanden? Ist da zu viel Beruhigung am Anfang versucht worden? Es sind verschiedene Faktoren. Es ist insgesamt eine sehr schwierige Situation. Und wie ich schon am Anfang gesagt hatte, im März war die Reaktion auf diesen Ausbruch sehr gut. Wir hätten uns dann im Juni, Juli mehr Engagement gewünscht, schnelleres Engagement. Von wem? Von den Regierungen weltweit, also von der Staatengemeinschaft. Einfach sozusagen, um wirklich schnell dort Hilfspersonal hinzubekommen, weitere Krankenhäuser aufzubauen. Jetzt ist es so ein bisschen wie der Wettlauf Hase und Igel. Wir laufen dem Virus immer hinterher momentan. Und das wäre Ende Mai, Juni sozusagen mit massiver Hilfe wahrscheinlich verhindern. Aber was hätte man machen können? Also die klassische Reaktion, die wir ja auch gehört haben, gerade in den afrikanischen Ländern, war, dass gerade die Staatslenker oder Präsidenten dieser betroffenen Länder gesagt haben, wir haben das unter Kontrolle. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist schwer nachzuvollziehen für demokratische Staaten, dass eine solche Aufklärung unterdrückt worden ist. Aber kann man eigentlich überhaupt auf die einwirken? Das hat auch verschiedene Ursachen. Ein wichtiger Grund ist sozusagen die Wirtschaft in diesen Ländern. Sie ist ja sehr geschwächt gewesen. Es gibt viele Minenbetriebe. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Infrastruktur nahezu lahmgelegt werden soll durch Quarantäne, dass Grenzen geschlossen werden, dann schwächt das natürlich die Wirtschaft dieser Länder enorm. Und das wollten natürlich diese Präsidenten oder Staatslenker natürlich vermeiden. Das ist ja auch nachvollziehbar. Nur hätte man dann eben sagen müssen oder auch von der internationalen Gemeinschaft eben mehr Druck entwickeln oder einfach sozusagen mehr Hilfe in das Land schicken. Da hat sich ja niemand gegen verwehrt. Insofern ist das sicherlich möglich gewesen, dort auch im Juni und Juli schon adäquat reagieren zu können oder wenigstens schon wirklich Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, entsprechend Leute auszubilden. Also das ist ja durchaus möglich. Und das wird ja auch von den Tropeninstituten seit Jahren vor Ort gemacht. Es gibt ja Stationen, sozusagen Außenstationen in den Ländern Westafrikas von den Tropeninstituten in Deutschland. Und hier kann man darauf aufbauen. Hier hätte man Personal weiterbilden können, eben Fähigkeiten beibringen können, zum Beispiel im Bereich der Labordiagnostik. Wir wollen jetzt mal auf die Art der Behandlung von Ebola-Kranken in einigen Minuten eingehen. Ich würde gerne nur mal vorher wissen, wenn Sie sagen, man hätte im Grunde von der internationalen Gemeinschaft stärker reagieren müssen. Wie haben wir denn von Deutschland aus reagiert? Die Verteidigungsministerin hat gefragt, gibt es Freiwillige, die für die Bekämpfung des Virus sich freiwillig melden und nach Afrika gehen wollen. Da haben sich sehr viele gemeldet. Jetzt hat man Ausbildungszeiten von mindestens mal drei Wochen für diejenigen, die dort dann Kranke betreuen können. Ist das realistisch, was da gemacht wird? Hilft das tatsächlich? Oder ist das so ein bisschen auch politische Schminke? Sicherlich. Wir müssen das differenziert betrachten. Was man sagen kann, ist, natürlich, es war erst mal hervorragend, dass sich so viele Freiwillige gemeldet haben. Nur ein Großteil dieser Freiwilligen ist natürlich, oder wird natürlich nicht geeignet sein, um dort vor Ort eingesetzt zu werden. Das ist eben nicht wie in Oderflut oder Elbeflut, wo es um Sandsecke schleppen geht, sondern das ist sozusagen ein Ebola-Ausbruch. Dort brauchen Sie trainierte Spezialisten, größtenteils Ärzte, Krankenschwestern. Und die sind eben nicht einfach mal so in Deutschland verfügbar. Es gibt einen massiven Ärztemangel. Insofern ist die Zahl natürlich erst mal hervorragend. 5.000 nur. Da werden vielleicht 100 oder 50 von diesen 5.000 übrig bleiben, die Sie wirklich vor Ort einsetzen können. Und das ist dann natürlich wieder ein verschwindend geringer Beitrag. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das kann man nicht anders sagen. Wenn man das gerade mit kleineren Ländern wie Kuba vergleicht, die 165 Ärzte und Spezialisten jetzt schon vor Ort haben, dann fragt man sich natürlich, hätte Deutschland nicht mehr machen können. Durchaus. Ist die Folge einer solchen langsamen Reaktion nicht, dass wir die Gefahr eingehen, dass ein solcher Virus sich stärker verbreitet, schneller verbreitet, als es sein müsste, als man im Zweifelsfall auch in den eigenen Möglichkeiten gehabt hätte? Ja, das ist absolut die Gefahr. Darauf haben wir auch immer gewarnt. Es muss jetzt gelingen, das Virus in diesen drei Ländern zu halten. Positive Beispiele gibt es ja. Nigeria, Senegal wird wahrscheinlich Ende dieser Woche als Ebola-frei deklariert werden durch die WHO. Die Zeit von 42 Tagen ist dann abgelaufen. Und da hat man gesehen, dass das ja funktioniert, gerade in so einem Land wie Nigeria, wo ich eigentlich auch schon die Hoffnung verloren hatte, als sozusagen das Virus auch in andere Städte gebracht wurde, nach Port Harcourt von Lagos aus. Dort ist ja ein Patient geflüchtet, hatte ich schon sozusagen schlimmste Befürchtungen. Aber dort ist das eben gelungen, aufgrund der Tatsache, dass eben die einheimischen Kräfte auch schon jahrelang gut trainiert wurden, unter anderem durch das Tropeninstitut in Hamburg. Also hier ist es gelungen, das einzudämmen. Und das muss man jetzt eben auch für die anderen Länder versuchen, Elfenbeinküste, die Nachbarländer Mali, die also gefährdet sind, dass es auf keinen Fall in diese Länder überspringt. Und was jetzt vor Ort noch möglich ist, wie stark man diesen Ausbruch abschwächen kann, ob man ihn überhaupt unter Kontrolle bringt in Guinea, Sierra Leone und Liberia, ist ganz schwer vorherzusagen. Prognosen sind extrem schwierig. Das hängt mit der schlechten Datenlage vor Ort zusammen. Ich meine, die Fallzahlen, die offiziell gemeldet werden, das ist natürlich nur die Spitze vom Eisberg. Insofern sind Prognosen sehr schwierig. Und diese Prognosen, wie sich das Ganze entwickeln wird, hängt auch extrem davon ab, wie gut die Hilfe, die angekündigt ist, jetzt auch vor Ort wirklich wirksam wird. Und das kann auch keiner prognostizieren. Ich habe gesagt, wir wollen auch mal darüber sprechen, wie man mit dem Virus in Deutschland, mit Kranken, mit Infizierten umgeht. Was ist das für ein Aufwand? Wir hören darüber relativ wenig. Wahrscheinlich aus nachvollziehbaren Gründen, weil der Aufwand gigantisch groß ist. Wir sehen immer mal wieder ein Flugzeug in einer langen Brennweite ganz weit irgendwo stehen. Da wird also jemand transportiert mit einem solchen Flugzeug. Dann wird ein Kranker eingeliefert. Wie ist die Therapie? Wie ist die Behandlung eines solchen Kranken dann? Die ist natürlich individuell abhängig vom Zustand des Patienten. Ich kann Ihnen nur sagen, der Aufwand ist natürlich enorm. Schon wegen der Sicherheit natürlich. Es soll ja keiner gefährdet werden, die Bevölkerung nicht. Die anderen Patienten im Krankenhaus in Hamburg sind zum Beispiel rund um die Uhr 16 Ärzte für einen Patienten. Für einen Patienten. Und diese ganze Behandlung kostet mehrere hunderttausend Euro. Das ist ja sozusagen ein richtiger Krankenhaustrakt, der dort zur Verfügung gestellt wird, wo Unterdruck herrscht, damit auch nichts nach außen dringen kann. Die ärztlichen Kollegen laufen in so einer Art Astronautenanzügen durch diesen Trakt, damit sie sich eben nicht infizieren können. Natürlich auch die Krankenschwestern und Pfleger. Es ist ein enormer Aufwand, der hier betrieben wird. Aber dadurch ist es natürlich gewährleistet, dass diese Patienten eine sehr, sehr gute Betreuung bekommen, eine intensivmedizinische Betreuung. Das heißt, wenn es notwendig ist, natürlich eine Dialyse, Beatmung, wenn bakterielle Infektionen hinzukommen, eine entsprechend Antibiotikatherapie natürlich. Und das führt dazu, dass natürlich ein größerer Teil dieser Patienten die Erkrankung überleben kann, weil oftmals natürlich diese Begleiterkrankungen auch zum Tod führen. Wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommt, weil man Erbrochenes verschluckt, weil man sozusagen extrem Flüssigkeitsverlust hat aufgrund der massiven Durchfälle, das kann natürlich hier unter unseren Bedingungen sehr gut behandelt werden. Jetzt haben wir zumindest skizziert bekommen von Ihnen, wie das in Deutschland abläuft, in den USA abläuft. Wenn ich mir jetzt mal fantasievoll vorstelle, wie das in Afrika abläuft, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort Krankenhaustrakte für einen Patienten hat, dass man 16 Ärzte für einen Patienten hat. Ist da nicht die Gefahr, dass man vielleicht, Sie sprachen von der Spitze des Eisbergs, dass man dort versucht, was möglich ist, aber eben nicht sehr viel möglich ist und damit einen weiteren Ausbruch beziehungsweise weitere Verbreitung ermöglicht? Wie gesagt, eine Prognose ist schwer. Es muss mehr Hilfe erfolgen. Das ist ganz klar auf verschiedenen Ebenen. Was jetzt auch versucht wird, ist, dass man natürlich auch mehr in die Haushalte geht, weil man eben sieht, dass natürlich nicht alle Patienten aufgenommen werden können. Dass man versucht, dass Infektionen zu Hause erst mal nicht stattfinden, zumindest für einen kleinen Zeitraum, wo die Kranken zu Hause behalten werden müssen, zwei, drei Tage, und dann erst aufgenommen werden können. Das ist sicherlich richtig. Also hier muss man sozusagen an verschiedenen Punkten ansetzen. Natürlich muss die Kapazität weiter ausgebaut werden. Und das ist natürlich nicht unter den Sicherheitsvorkehrungen möglich, wie in Deutschland. Also da kann man jetzt keine Unterdruck-Krankenhaustrakte aufbauen. Ist aber eigentlich auch nicht erforderlich. Sie sehen, Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel machen das ja seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich. Es gab ja sozusagen in diesen 40 Jahren nur zwei Infektionen, die jetzt aufgetreten sind. Also wo es zu Infektionen gekommen ist beim Krankenhauspersonal. Also das funktioniert unter den afrikanischen Bedingungen. Hervorragend. Und diese vielen Infektionen, die wir beim Pflegepersonal gesehen haben, das sind ja hauptsächlich einheimische Helfer, die eben unzureichend ausgestattet waren, insbesondere auch in der Anfangsphase. Und das ist auch eine extreme Belastung gewesen, weil einfach zu wenig Personal dort unten im Einsatz gewesen ist. Und unter diesen Bedingungen können Sie sich vorstellen, 50 Grad mit diesen Vollschutzanzügen, da können Sie nur wenige Stunden arbeiten, da müssen Sie ausgewechselt werden. Also der personelle Aufwand ist auch nicht gering vor Ort. Sie haben eben gesagt, dass man neue Viren entdeckt oder die auf den Menschen sozusagen überspringen, ist kein Wunder, weil wir immer tiefer in die Tropen einbringen, weil die Gefahr dabei groß ist, dass man ein neues Virus sozusagen überträgt. Aber die Gefahr durch Flüge, die die Welt in wenigen Stunden verbinden, ist auch die Ausbreitung, die sehr viel schneller funktionieren kann, als das früher möglich war. Was kann man denn in diesem sozusagen strategischen Bereich tun? Man kann ja jetzt nicht an allen Flughäfen, Sicherheitseinrichtungen einrichten, um zu prüfen, ob jemand infiziert ist. Nun gut, doch, das wird gemacht. Und das ist auch richtig so. Was erstmal ganz wichtig ist, dass man natürlich jetzt nicht komplett die Flüge einstellen darf in die betroffenen Länder. Sonst kriegt man nicht mehr das Hilfspersonal runter, nicht mehr die Güter. Das ist ganz wichtig. Es gibt ein sogenanntes Exit-Screening in den betroffenen Ländern. Das heißt, jeder, der das dann mit dem Flugzeug verlassen will, wird überprüft, ob er erkrankt ist. Gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile, keine Frage, aber es hilft auf jeden Fall. Und das kann man ganz schnell erkennen? Wenn jemand Symptome hat, es wird Fieber gemessen, er muss einen Fragebogen ausfüllen, natürlich kann jemand sozusagen dort falsche Angaben machen. Aber das wird auch verstärkt, sozusagen in den Ankunftsländern zum Beispiel jetzt auch kontrolliert. Es gibt bestimmte Teams in den USA, die an den Flughäfen stationiert sind, um da auch nochmal nachzufragen. Das ist natürlich nicht zu 100 Prozent wasserdicht, sage ich mal, aber es hilft auf jeden Fall. Und das ist auch die richtige Maßnahme. Wenn man jemanden hat, der aus einem solchen Land infiziert, nach USA, nach Europa kommt, dann in den ersten Tagen mit vielen Leuten zu tun hat, wie groß ist die Gefahr, dass man jemanden infiziert mit dem Virus, durch Händeschütteln, durch Umarmungen etc.? Hier müssen wir das wirklich unterscheiden. Ich kann das Virus erst weitergeben, wenn ich Symptome zeige. Und das soll ja normalerweise verhindert werden, dass solche Patienten überhaupt das Flugzeug betreten. Das heißt, die einzige Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient das Virus aus diesen Gebieten verschleppt, ist, dass er noch keine Symptome hat. Das heißt, er kann das Virus auch nicht übertragen während des Fluges. Wenn er dann im Heimatland erkrankt, also so wie es in den USA passiert ist, haben Sie normalerweise Informationsmaterial an der Hand, dass Sie sagen, innerhalb von drei Wochen, wenn Sie Fieber entwickeln, sich nicht gut fühlen, Durchfälle, bitte melden Sie sich so schnell wie es geht beim Gesundheitsamt oder beim Arzt. Das ist das normale Vorgehen, so wie es passieren sollte. Und dann gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, dass er weitere Leute infizieren kann. Das Risiko ist dann sehr gering. Und das ist ein gutes Vorgehen. Also sozusagen die Gefahr eines unerkannten Ebola-Erkrankten, der krank wochenlang irgendwo liegt oder durch die Stadt läuft in unseren westlichen Industrieländern, ist als sehr gering einzuschätzen. Aber was muss passieren, damit das übertragen wird? Ja, also die Übertragung noch mal, wenn Sie das gerade ansprechen, das Ebola-Virus findet sich bei erkrankten Personen in allen Körperflüssigkeiten, also Blutspeichel, Urin, auch Schweiß. Wenn Sie also mit diesen infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen, kann das Virus übertragen werden. Es muss dann natürlich noch über die Schleimhäute oder über kleine Wunden natürlich in den Körper eindringen. Und so können Sie die Infektion letztendlich bekommen, was auch möglich ist, dass Sie, wenn ich jetzt spreche zum Beispiel, wenn da kleine Tröpfchen, die können schon eine gewisse Entfernung fliegen, einen Meter, und wenn das Ihnen ins Auge fliegt, dieser kleine Tropfen, können Sie sich natürlich auch infizieren. Das reicht, um das Virus weiterzugeben? Das reicht, um das Virus weiterzugeben von Erkrankten, das möchte ich noch mal hier ganz deutlich sagen. Dennoch ist das ein deutlicher Unterschied, wenn man das mit anderen Infektionskrankheiten vergleichen, Masern, Windpocken oder auch die Influenza, dort ist sozusagen die Übertragung viel einfacher möglich. Also im Vergleich zu diesen Erkrankungen überträgt sich dieses Virus eben nicht so leicht. Sie sind Virologe, habe ich gesagt, und Sie beschäftigen sich mit einem, glaube ich, aus Ihrer Sicht auch sehr spannenden Thema, weil Viren einfach unglaublich spannend sind, sagen die Virologen immer wieder. Nicht zuletzt deswegen, weil sie sich verändern können, weil auch immer wieder neue Viren auftauchen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ein Virus ist ein Virus, damit man klar macht, man versteht es eigentlich nicht wirklich, was da passiert. Abgesehen von der wissenschaftlichen Begeisterung, die Sie sicherlich vorantreibt, was steht uns denn da jetzt bevor? Wir wollen jetzt mal nicht über Ebola reden, über all das, was jetzt akut ist, sondern was steht in der Zukunft denn bevor? Wie kann man denn mit Viren umgehen? Also, sicherlich gibt es eine ganze Reihe von Kandidaten, die uns Probleme bereiten. Ich denke hier nur an das Dengue-Virus, wo wirklich jährlich Millionen von Leuten, Leute betroffen sind. Gibt es auch viele importierte Infektionen nach Deutschland. Dieses Virus breitet sich auch nach Europa weiter aus. Es gibt andere, die schon länger bekannt sind. Entschuldigung, das ist auch eine Folge der Klimaveränderung. Ja, aber insbesondere auch des internationalen Reise- und Warenverkehrs, was Sie schon angesprochen haben, das ist der Hauptfaktor eigentlich. Klimaveränderung spielt auch eine Rolle, aber nicht die Rolle. Wichtig ist wirklich dieser Warentransport und auch der interkontinentale Reiseverkehr. Und das trifft eben für andere Erkrankungen, wie die Influenza natürlich auch zu. Alte Bekannte wie das HIV-Virus oder auch die Hepatitis-Viren kennen Sie, sind auch sozusagen haben hohe Bedeutung. Aber hier sehen wir auch, wie erfolgreich wir sind. Es gibt eine sehr, sehr gute antivirale Therapie für HIV und auch für die Hepatitis-Viren. Da wurde also viel geschafft in den letzten Jahrzehnten. Wir haben hervorragende Impfstoffe, Masern, Mumps, Röteln, Hepatitis B, Hepatitis A. Also da passiert auch viel. Und Sie sehen, es ist also möglich. Man muss sich aber auch darum kümmern. Also es ist auch sozusagen die Forderung, dass man sich auf seine Impfpässe konzentriert und die auch wirklich ausfüllt und Ärzte auch impfen lässt. Das ist ganz wichtig. Und was ich denke, ist auch noch wichtig anzusprechen, dass wir auch mehr über die Virusökologie verstehen. Dass wir eben mehr in den Urwald gehen und schauen, was zirkuliert dort auch an unbekannten Viren, um eben besser darauf vorbereitet zu sein. Das ist in den letzten Jahrzehnten etwas in Vergessenheit geraten. Das ist eben Feldforschung. Das ist nicht so sexy. Aber das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen dort schauen, was passiert mit den Viren in der Umwelt? Warum kommt es zu diesen Ausbrüchen? Warum werden sie plötzlich übertragen? Oder warum gibt es plötzlich eine höhere Anzahl von diesen Viren in den Flughunden? Was sind die Faktoren, die dazu führen? Das sind eben ganz wichtige Forschungsprojekte, die weiter gefördert werden müssen, damit wir das eben besser verstehen. Warum diese zoonotischen Viren es schaffen, auf den Menschen überzuspringen und was die Faktoren dafür sind. Und ist das, was den Virus sozusagen so besonders gefährlich macht, seine, in Anführungsstrichen, Intelligenz? Er kann sich verändern, er kann sich neuen Bedingungen anpassen. Das heißt aber auch, es kann immer wieder neue Formen geben, auf die reagiert werden muss. Nicht zuletzt von Ihnen als derjenige, der in diesem Bereich forscht. Heißt das aber auch, die werden immer intelligenter, immer gefährlicher? Oder heißt das nur, wir haben immer mehr Spielarten? Ja, also wir kennen es ja vom Influenza-Virus. Es verändert sich ja jedes Jahr. Es kann ein sogenanntes Reassortment stattfinden, ein Austausch von Genomsegmenten. Und dadurch muss der Impfstoff, der Influenza-Impfstoff, ja jedes Jahr angepasst werden. Da sehen Sie sozusagen, dass sich Viren verändern. Das muss nicht immer in eine, in Anführungszeichen, gefährliche Richtung stattfinden, dass sie also sozusagen vielleicht mit der Höhenstablichkeit einhergehen. Das kann sich auch eben in eine gegensätzliche Richtung verändern, dass sie vielleicht gar nicht mehr so mit einer so hohen Infektiosität einhergehen. Also diese Voraussagen, in welche Richtung Viren mutieren, das ist nicht zu machen. Viren mutieren immer. Das haben wir auch jetzt beim Ebola-Virus gesagt. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass sozusagen sehr große Sprünge stattfinden. Aber können die sozusagen von heute auf morgen aus einem relativ harmlosen, brechenbaren Virus zu einem sehr gefährlichen werden? Das ist rein theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Es gibt bestimmte Beispiele. Zum Beispiel ein Virus mit einem sehr lustigen Namen ist das Chikungunya-Virus, was große Ausbrüche, es wird auch von Stechmücken übertragen, was große Ausbrüche im Pazifik hervorrufen hat. Und jetzt in Amerika Hunderttausende von Menschen infiziert, sehr viele Reisende übrigens, Dominikanische Republik und Kuba. Und dort gab es nur eine Punktmutation, die dadurch geführt hat, dass sich das Virus an eine neue Stechmückenart anpassen konnte und viel besser sozusagen von diesen Stechmücken auch übertragen werden konnte. Da sehen Sie schon, also eine Mutation reicht aus, dass sich doch etwas Größeres ändern kann. Nur, das passiert natürlich jetzt nicht jeden Tag und auch nicht sehr häufig. Es kann durchaus passieren, aber jetzt, wenn wir wieder auf Ebola zurückkommen, hier halten wir es zum Beispiel für nicht sehr wahrscheinlich, dass plötzlich das Ebola-Virus eben massiv durch die Luft übertragen werden kann, wie das Influenza-Virus. Sie müssen sich vorstellen, da müssen Sie eine Art Panzer in ein Flugzeug umbauen und das geht eben nicht mal so schnell. Jetzt wird immer wieder auch darauf hingewiesen, dass durch Klimaveränderungen zum Beispiel die Stechmücken, aggressive Stechmücken Richtung Norden ziehen, das heißt auch inzwischen in Süditalien angekommen sind, die teilweise solche Viren auch verbreiten können. Müssen wir uns darauf und Sie letztendlich auch darauf einstellen, dass wir da mit neuen, ja, ich sag schon mal Bedrohungen zu tun haben werden in den nächsten Jahrzehnten? Auf jeden Fall. Also das ist ja ein wichtiges Forschungsgebiet auch in der Tropenmedizin und das wird auch relativ gut in Deutschland gefördert. Wir schauen also, welche invasiven Stechmückenarten gibt es zum Beispiel in Deutschland, welche neuen Viren werden von diesen Stechmücken auch in Deutschland übertragen. Das ist genau das, was ich angesprochen habe, dass man eben sozusagen in der Umwelt schaut, welche neuen Viren treten auf, welche Viren, die wir eben auch zum Teil noch gar nicht kennen, zirkulieren denn in Deutschland. Das sind also wichtige Projekte, die auch weiter vorangetrieben werden müssen. Wie würden Sie denn Politik und auch Ihre Kollegen so ein bisschen ermahnen wollen, da richtig mit umzugehen? Ich habe eben schon, oder wir haben gesprochen über die Reaktion der Politik, die dann immer so ein bisschen abwiegelt und sagt, alles unter Kontrolle, alles wunderbar, dann im Zweifel zugeben muss, dass es sich doch nicht so unter Kontrolle hat und nicht nur in Westafrika. Wie soll man grundsätzlich mit diesem Problem der Viren umgehen? Denn Sie sagen ja, in Zukunft wird uns das weiter beschäftigen, eher noch mehr. Was mich immer sehr verwundert hat jetzt als Mediziner und einer, der jetzt vor kurzem noch studiert hat, ist, dass gerade dieser Bereich der Virologie extrem unterrepräsentiert ist in Deutschland. Gerade im Bereich der klinischen Virologie, was uns eigentlich sehr am Herzen liegen müsste, wegen diesen neuen Erregern, die auftreten. Sie sehen an den Universitätskliniken, dass die Diagnostik von den virologischen Instituten getrennt wird, in Großlabore verlagert wird. Und hier wäre es ja wichtig, das zusammenzuhalten. Die experimentelle Virologie, also die Grundlagenforschung und die klinische Virologie, wir finden heutzutage kaum noch Ärzte, die wirklich sozusagen klinisch-virologisch tätig sind. Und das ist eben sozusagen eigentlich eine traurige Entwicklung in Deutschland. Und hier muss man wirklich darauf achten, dass sozusagen diese Experten im Bereich der klinischen Virologie, die wirklich sagen können, sozusagen, wie diagnostizieren sie dieses Virus, wie wird das behandelt, dass das nicht noch weiter geschwächt wird. Sonst haben wir natürlich in der Zukunft, gerade wenn diese Ausbrüche zunehmen, Ebola, SARS, MERS, ein massives Problem im Nachwuchs. Wenn Ebola tatsächlich unter Kontrolle ist, wenn wir keine weiteren Fälle in Europa, in den USA haben, dann wird es eine Phase geben, wo man das ganz schnell wieder vergisst, wie bei SARS auch. Was muss da geschehen? Ich denke, es wird jetzt nicht dazu führen, dass wir das jetzt sehr schnell massiv vergessen werden. Ich denke, Forschungsprojekte werden jetzt initiiert, die werden auch weiterlaufen. Es gibt eine, denke ich doch, eine Stimmung, die das jetzt auch ermöglicht, dass das eben nicht sofort vergessen wird, zumindest im Bereich der Wissenschaft und der Forschungsförderung. Hier werden gute Projekte laufen, denke ich. Und man muss jetzt versuchen, eben auch andere Erreger dort sozusagen in den Mittelpunkt zu ziehen, die ein ähnliches Potenzial haben. Dass das jetzt nicht sozusagen neben Ebola verblasst, sondern eben, dass man auch sagt, gut, es gibt ja andere Erreger, MERS oder das Marburg-Virus, Lassa-Virus, die das gleiche Potenzial haben. Das war jetzt nur ein Zufall, dass es eben das Ebola-Virus gewesen ist. Wenn man das sozusagen auch betrachtet und dann auch sagt, gut, die anderen Erreger müssen natürlich auch untersucht werden, dann denke ich, ist das ein wichtiges Signal und das sollte auch gemacht werden, dass das weiter gefördert wird. Wir hoffen, dass es als Signal auch wirklich angekommen ist. Herr Schmidt, Schanazit, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke.